So ein paar Tage Hardcore durchgesuchtet Und da oben kommt irgend so ein Spacken, ey NEIN! Hey Freunde, Fix hier und weiter mit einer Runde Ähm, Bad Wars Ähm, 3? 4x3? 4x3 Map, glaub ich Ja Und, warte, ich schmeiß den mal schnell das Ding hier hin Die sollen den richtigen Weg bauen Und ja, ich hab mal wieder Bock hier Runde Bad Wars Weiter geht's Und ich muss sagen, Bad Wars ist echt ein geiler Spielmodus Das heißt, gefällt mir richtig gut Und ich hätte früher anfangen sollen, Bad Wars zu spielen Ähm, ja, das passt auch zu meiner Frage Ich hab noch zwei Fragen vom letzten Mal Und zwar die eine Frage ist von Magic Gamer HD Und der fragt mich Wie bist du auf deinen Namen Fix gekommen? Ähm, ja Eigentlich ist es nicht schwer irgendwie zu erklären Ich heiß Felix in echt Oder halt Oder halt Mein richtiger Name ist Felix Und Fix ist halt einfach mein Ähm Stöp Ist halt einfach mein Spitzname Alle meine Freunde nennen mich Fix Und deswegen hab ich mir gedacht Ja Mach ich den Kanal auf und nenn ihn halt auch Fix So spektakulär ist es natürlich Ähm, was wollte ich noch machen? Boah, fuck, bin ich dumm Nein Schau mal hier Prost für alle Ja, komm, wir lassen die einfach da Ähm Mist, ich wollte mir eine Spitzhacke bauen Ähm So, die habe ich auf zwei Und Und dann mach ich mir noch schnell was zum Essen So Nein, stirbt Yeah, ich hab ihn umgebracht Ähm, ja Wie ich auf meinen Namen gekommen bin Habe ich ja jetzt gesagt Einfach, dass es mein Spitzname ist Und dann hab ich mir gedacht Ja Mach ich meinen Kanalnamen auch so Und Eine Frage habe ich noch Da muss ich kurz schauen Wartet Geh ich noch schnell mal hier hin Und drum mir eine Spitzhacke So, ich würde sagen Wir rushen jetzt mal irgendwo rein, oder? Ähm, die nächste Frage ist Wie lang spielst du schon Minecraft Beziehungsweise Halt Minecraft im Multiplayer Ähm Ja, Minecraft an sich Spiel ich noch nicht so lang Ich weiß nicht Vielleicht ein Jahr oder so Oh geil, ich kann nicht Fett Gold holen Vielleicht ein Jahr oder so Spiel ich Minecraft Aber ich hab Am Anfang habe ich es mir geholt Und dann habe ich halt die Wie jeder wahrscheinlich So ein paar Tage Hardcore durchgesuchtet Und da oben kommt Irgend so ein Spacken, ey Nein Ey, jedes Mal Das gibt's doch nicht Okay, fuck Wir haben ein Problem Ich mach mir schnell hier So einen Knockback-Stab Wo ist der Pisser? Nein Nicht unser Bett Nein Aber wo geht's denn überhaupt hoch? Hä? Keine Ahnung Oh man, dieser Arsch, ey Okay, der ist tot Jetzt geht's ums Überleben Ähm Ich weiß nicht, ob Bad Was so ein guter Spielmodus ist Um Fragen zu beantworten Aber Egal Ja, wie lange ich schon spiele? Ich spiele ungefähr Ein Jahr Minecraft Ähm Pipapo Vielleicht ein bisschen mehr Vielleicht ein bisschen weniger Und Ja Es macht Spaß Und Multiplayer? Genau, andere Frage Wie lange ich schon Multiplayer spiele? Multiplayer spiele ich noch gar nicht so lange Ähm Ich hab am Anfang ein paar Runden Survival gespielt und so Und dann klassisch auf die Fresse bekommen Und ich bin so einer, der regt sich da ziemlich schnell auf Und dann Ich weiß nicht Ich hatte nicht wirklich Boah Es stirbt Und ich hatte nicht wirklich so Ähm Lust mich dann da so reinzuarbeiten Und zu trainieren Weil ich hab in der Zeit auch viel WoW gespielt Und halt andere Spiele Da war juckt Und halt andere Spiele Ja Gut Ich hab die ganze Zeit Angst, ey Voll die Paranoia Und halt andere Spiele Und dann hab ich mir gedacht Ähm Ja, hab ich nicht so Bock hier auf Multiplayer Minecraft zu üben Und ich weiß nicht Hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht Und ja Jetzt durch Bad Wars Hab ich ziemlich Viel Bock wiederbekommen Boah Alter Willst du mich verarschen? Schießt er noch auf mich? Geh weg von mir Au Das war knapp, ey Ähm Ja, durch Bad Wars Hab ich jetzt halt wieder Bock bekommen Und ja Ich mach auf jeden Fall Mein Hardcore-Let's-Play weiter Und Dann mach ich auf jeden Fall noch Mehr rund um Bad Wars Und eventuell auch noch ein bisschen Survival Und halt ein Sieg Und was weiß ich Und schlag mich tot Ja Und Ich versuch jetzt mal In der nächsten Zeit Mein Arsch ein bisschen hochzukriegen Und Da hab ich auch weniger zu tun Für die Schule und so Und dann versuch ich einfach mal Ähm Mit ein paar Leuten zusammen zu spielen Das ist immer ein bisschen schwierig Weil ich Hab nicht immer so viel Zeit zum Aufnehmen Und Ist dann mehr so spontan Und dann Ach du Arsch Verpiss dich doch Und dann so spontan Ähm Jemand aufzutreiben Der auch grad Zeit hat Aufzunehmen Ist immer so ein bisschen schwierig Aber Ja In nächster Zeit Werd ich dann wahrscheinlich versuchen So ein paar Leute Ins Boot zu kriegen Ein bisschen mit Anderen Leuten zu spielen Schießt der schon wieder auf mich Was ist denn Dem sein Problem Bitte Nur weil ich alleine hier bin Ich versuch jetzt auf jeden Fall mal Los Los Schnell Jetzt hat er grad nämlich Jemand anders anders passiert Hä Man kann auf die Wolken drauf Sehr chillig Ich hab gedacht die wäre nur so Zur Deko Zwecken Zwecken Okay Geh mal oben rum Ne Wo war ich denn jetzt eigentlich Ich vergesse jedes Mal Wenn ich hier Mein Plan mach Wie ich die anderen Teams fertig mach Wo ich grad bin Alle leben noch Außer ich Wer hat mich grad weggeholt Ich könnte theoretisch Nicht rüber zu Geld bauen Ich baue mich jetzt mal hier hoch Neun 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 Du drisst mich nicht Boah Ich will nicht sterben Ich könnte mich theoretisch rüber zu Gelb bauen Hey Warum komm ich nicht weiter Jetzt hat Und dann Gelb killen Das wär doch ein Plan Aber so ein Bogen wär halt auch richtig cool Ey Ich glaub ich baue mich jetzt hier so schräg rüber zur Wolke Ja und dann Hall Schaden riskieren Ich glaub da ist schon jemand unterwegs zu Gelb Ich glaub die haben auch keine Chance mehr Hm 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 Ah der macht's richtig ey Okay dann geh ich jetzt hier lang Ich glaub der Schafft das Ich mach lieber so Nein Boah Was ist denn los Jorge Ey Okay jetzt sitz ich hier in der Falle Die scheiß blauen ne Die meinen nur weil sie ja blau sind Nur weil sie ein bisschen zu viel Alkohol getrunken haben Können sie sich ja alles erlauben oder was Nein Nein Ich füge mich nicht ab Nein 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 Naja Ähm Dann hab ich jetzt noch schnell die zwei Fragen beantwortet Und dann sag ich Dankeschön fürs Zuschauen Und wenn es euch gefallen hat könnt ihr einen Daumen um da lassen Wenn ich dann nicht Und ja Schreibt mir weitere Fragen für Runden Wenn ich mal wieder alleine hier am Spielen bin Weil Das macht Spass Dann Zeig ich Ciao mit V Und wir sehen uns Ciao